Ich wusste, dass du Opern magst, aber nicht, dass du völlig verrückt danach bist. Ich spare Geld für eine Gesangsausbildung in Venedig. Hast du dich für den Wettbewerb angemeldet? 300 Pfund für den Zieger. Was hast du denn da an? Der sieht ja aus, als hätte der Pavarotti verschluckt. Ich bin tatsächlich hier, auf der Opernschule, in Venedig. Du musst den Leuten im Publikum ihr Herz stehlen. Und stehlen kannst du nur, wenn du Nerven hast wie ein Dieb. Dir fehlt einfach das Selbstvertrauen. Für mich bist du kein Opernsänger, noch nicht. Und wirst es vielleicht auch nie sein. Du hattest ein großes Abenteuer, aber das ist jetzt dein richtiges Leben. Ich glaube, ich bin nur glücklich, wenn ich eine Oper höre oder selbst singe. Was ist das? Eine Castingshow, bei der der beste Teilnehmer Großbritanniens 100.000 Pfund gewinnt. Dann tu es. Ich werfe eine Münze. Bei Kopf drücke ich senden, bei Zahl vergessen wir das Ganze. Gut. Was machst du heute hier, Paul? Ich singe was aus einer Oper. Das musst du dir ansehen. Du kannst loslegen. Du weißt jetzt, wozu du geboren wurdest. Du bist ein echtes Gesangstalent. Das hat mich jetzt so richtig erfrischt. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Ihr Schlüsselbein ist zertrümmert. Sie haben sich vier Rippen gebrochen und ihr Becken ist ausgeringt. Du musst aufhören, mir sowas anzutun. Ich weiß, ich bin nicht gut genug für dich. Aber ich kann mein Leben nicht verschwenden, um dir was anderes zu beweisen. Eben! Möchtest du dich hier eigentlich kaputt machen oder was? Willst du hier sterben? Dann mach ich nicht mit. Das guck ich mir nicht an. Das ist aber ein schönes Zimmer. Das guck ich mir nicht an.